Da zerteilen, das muss sein. Tuck mal, Patron. Schatz, das ist wirklich gerade alles Thomas. Was sagst du, es schmeckt? Ja. Es schmeckt wirklich bombastisch. Das ist so. Dieses Oberteil ist nicht vorteilhaft, mit Streifen. Danke, danke für nichts. Ich zieh doch gleich eine Schürze an. Mein Gott, ich bin halt kugelrund. Wie geht das noch um das Lied? Ich bin dick, rund und gesund und habe Appetit. Das ist unser Stichwort heute. Appetit. Was geht ab dem Tavia? Welcome back to deinem neuen Video. Und in diesem Video kocht meine schwangere Frau einen Tag für uns als Familie. Genau, und zwar aus meinem neuen Kochbuch. Was gibt es denn zum Frühstück? Ich habe mich sehr unverschreit. Sehr, sehr unverschreit. Du musst mich auch noch ein bisschen Geduld nehmen. Ich packe jetzt erst mal Brot. Schaut euch das an. Das Brot ist fertig. Das sieht richtig saftig aus. Dann können wir mal endlich, endlich anfangen zu frühstücken quasi. Wow. Das sieht einfach richtig saftig aus. Dazu wird kein Mehl verwendet. Das besteht wirklich nur aus Körnern und Haferflocken. Das ist natürlich jetzt noch sehr heiß. Juna, wo willst du hin mit Papa schulen? Wow. Ja, steht dir auf jeden Fall. Und dazu gibt es eine self-made Ricotta-Walnuss-Pesto ist das. Richtig saftig Pesto drauf. Obwohl man besser ja das Brot auch noch schmecken soll. So. Ist das gut? Mhm. Sehr, sehr gut. Ah, richtig geil. Also das musst du auf jeden Fall nachmachen, wenn du das Kochbuch hast. Ich fände richtig hungrig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben ja parallel gerade schon angefangen, die Nachspeise aus dem Kochbuch zu kochen. Die saftigste Nachspeise ever. Und jetzt probiere ich dieses Baby hier mal. Boah. Boah, das ist ja geil. Mhm. Geil. Ich finde, das ist auch was richtig Geiles, was man so mit ihm kann vorbereiten. So zur Schule oder so. Oder zur Arbeit. Geil. Einfach mächtig werden. In der Zwischenzeit hat Jodi schon den Boden vorbereitet für später. Und zwar gibt es eine saftige Schokoporte. Wie heißt der eigentlich? Fudge Brownie Chocolate Cake. Sauber. Gieß mal rüber, das Ding hier. Yo. So, wer hat Lust, da mal reinzubeißen? Ich kann euch versprechen. Ich habe den nämlich schon mal probiert, als wir den zubereitet und geschutet haben. Der schmeckt bombastisch. Wirklich. Bombastisch. Schatz, es ist wirklich gerade alles kümmern. Ja, deswegen ist ja auch da ein Backpapier drunter, mein Schatz. Ach, da hat ein Backpapier. Das habe ich gesehen. Währenddessen ist Juna Oma-Tag ausgefallen. Das wird das Kunde an ihr zu Hause. Spielt hier fleißig mit ihren Paw Patrols. Jackie, möchtest du später auch einen Schokokuchen essen? Ja. Magst du auch einen Schokokuchen? Nein. Was denn, ja oder nein? Ja oder ja? Nein. Nein, kein Schokokuchen? Nein. Ja, dann nicht. Dann bleibt mehr für Mama und Papa. Als wenn. Juna ist die Erste, die einen Schokokuchen will später. Das ist sowas von. Juna liebt Schokolade. Ja, sie hat auch gerade eben hier schon von der Tafel hier die ganze Zeit genascht. Ich glaube, deswegen ist sie gerade nicht so motiviert auf einen weiteren Schokokuchen. Also das ist natürlich ein mächtiges Rezept, wenn es um die Kalorien geht, aber das ist auch absolut egal. Es ist ein Schokokuchen. Und er ist wirklich einfach zu machen. Also wirklich einfach zu machen. Das kriegt jeder hin. Super du mein Schatz. Tuck mal. Backpapier. Alles? Alles? Tuck mal, das Baby. Und hier passiert's. Papa? Papa? Willst du unnütig? Komm her, Papa. Ein Auto. Tuck mal, die. Diese? Ja. Autos Lammalus. Ist kaputt gegangen? Ja. Autos Lammalus. Oh, die ist da in der Spur. Papa? Ja. Hallo. Tuck mal hier an und fahr. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wer hat das denn hier so unordentlich gemacht alles? Das ist Dona. So, darf ich jetzt meine Kamera wieder haben? Papa. Ja, hallo. Papa will seine Kamera wieder haben. Ich muss weiterarbeiten. Die Rezepte, die ihr gerade gesehen habt und noch viele, viele weitere, findet ihr in meinem neuen Kochbuch Jodys Lieblingsküche. Das Ganze ist ja bereits mein zweites Kochbuch. Das erste habt ihr mir förmlich aus den Händen gerissen. Jetzt freue ich mich umso mehr, euch mein zweites vorstellen zu können. In diesem Kochbuch werdet ihr super viele, vielfältige und leckere Gerichte zum Schlemmen für die ganze Familie finden. Aber ihr werdet zum Beispiel auch ein Kinderkapitel finden. Sprich, ein Kapitel wirklich nur zum Backen und Kochen mit und für Kinder. Das Ganze ist jetzt vorbestellbar. Und wenn ihr es im limitierten Wandel kauft, werde ich sogar alle einzelnen Hand signieren. Alle persönlich. Bedeutet, ihr geht jetzt schnell unten auf den Link und shoppt los. Wow. Hört mal das Christa. Geil. Abschließend kommt noch ein bisschen Soße. Willst du mal gucken? Ja. Was sagst du? Sieht das gut aus? Ja. Was ist das? Kuchen. Ein Kuchen? Ein Kuchen? Ne, fast. Ein Hotdog-Auflauf. Hotdog-Auflauf, Juna. Boah, ich habe da so Lust drauf. Wow, einfach. Also wow. Juna macht Partys. Ja, Juna, Party. Du hast eine wunderschöne Radklammer. Du auch. Ja, ne? Ich habe auch eine wunderschöne Radklammer. Juna sagt, wir müssen die tragen. Wir müssen die tragen. Das ist verpflichtend. Wow. Beim letzten Mal habe ich einfach die ganze Auflauf-Auflauf. Ich habe eine Portion gegessen, den Rest hat er gegessen. Ich mag Auflauf. Du magst Auflauf? Ja. So, was sagst du, Juna? Probier mal. Ist es auch eins deiner Lieblingsrezepte? Probier mal. Was sagst du? Schmeckt? Ja. Ist gut? Echt? Jetzt bin ich essen? Echt? Oder Mama erstmal? Mama. Wow. Das ist noch besser geworden als das erste Mal. Ja? Ich habe extra das Rezept für dieses Video ausgewählt. Weil ich meine, das ist halt unter dem Motto... Das stimmt. Wir haben lang diskutiert. Lang diskutiert, welche Rezepte wir nehmen, um euch auch die Vielfalt dieses Kochbuches zu zeigen. Eine riesige Vielfalt, die ihr bekommt in diesem Kochbuch. Wirklich. Hat aufs Herz. Komplett alles von selbst fotografiert. Alles aus meiner Feder. Wirklich. Wir haben alles self-made. In dem Sinne... Ich übertreibe es nicht. Es ist einfach so der geilste Auflauf. Bring die mit zur Kinderparty oder so. Die werden es lieben. Einfach wow. Julia, du Banause. Was machst du hier? Nichts. Nichts? Ich mache nichts. Nichts, sagt sie. Kleine Überlaust. Also ich finde, der sieht gar nicht so spektakulär aus. Saftig. Sag das mal nochmal. Saftig. Genau. Deine Tochter. Meine Tochter, würde ich sagen. Ganz genau. Saftig. Wow. Ja, ciao. Das sieht unspektakulär aus. Oder was sagt ihr? Das ist deiner. Das ist deiner? Ja. Während wir gerade diese Quänzen gedreht haben, kommt Julia an und sagt, was hast du gesagt? Satt. Du bist satt? Nee. Was hast du da angestellt auf dem Tisch? Will ich das sehen? Tada. Ja, tada ist eigentlich okay. Ja. Ja, jetzt probiert Papa dieses saftige Saftbeerstück. Wow, 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 wow. Ja, ja. Wow. Alter, der ist so heavy. Das ist also richtig geil. Wow. Mächtig. Mua. So, Ladies and Gentlemen, es geht weiter mit diesem Baby. Und ich kann euch eins versprechen, ein sehr, sehr grandioses Rezept. Grandiös. Grando. Ich bin echt. Ich bin das. Grandios. Apropos, du hast gerade die Schürze an, die es bei uns auch im Kochbuch-Bundle mitgeben wird. Warum zeigst du den Bauch? Ja. Es geht um die Schürze. Entschuldige, dass ich schwanger bin. Ja, so. Die Schürze hat Jodie schon viermal gewaschen. Schaut euch das an, das Logo ist immer. Öfter als viermal. Weißt du? Ja. Immer noch. Ich habe jetzt auch schon fleißig damit gekocht, daher ist es auch ein bisschen dreckig, aber das Logo ist immer noch on fleek auf jeden Fall. Wir haben hier 100% Barmwolle. Jetzt gerade kann ich sie schlecht benutzen. Das ist der Bauch. Du wärst ein Kangaroo. Das wäre ein Kangaroo. Stell dir mal vor, ihr guckt unser Kind so raus. Also normalerweise sitzt die Schürze auch ein bisschen anders, wenn man nicht gerade hier eine Kugel vorweg schiebt, aber... Guckt euch an, hier sogar zum Verstellen. Also für alle geeignet. Ihr werdet ganz viel Spaß damit haben. Ja. Und jetzt geht's los. Ja, haut auf meinen Bauch. Ist okay, ich bin immer noch schwanger, Schatz. Also sehr ich dieses Dressing liebe. Geht das auch ohne das? Guck einfach nicht hin. Geht das auch ohne das? Guck nicht hin, wenn ich die Salze... Nein, ich meine, gibt's ja im Rezept auch ein Dressing ohne das? Kann man das weglassen? Dann ist es halt kein originales Caesar-Dressing. Aber es ist trotzdem lecker, oder? Nein, es gibt dem Caesar-Dressing so ein bisschen diese Würzigkeit, diese einmalige... Ich mag einfach keinen Fisch. Wisst ihr was... Ich mag keinen Fisch. Wisst ihr, was ich gemacht hatte? Ja, genau. Und das finde ich nicht cool von ihr. Ich habe das Dressing... Er mag eigentlich keinen Fisch. Ich wusste aber, dass er das Dressing mögen würde. Deswegen habe ich das Dressing heimlich gemacht, habe gesagt, da ist kein Fisch drin. Da war aber Fisch drin. Und er hat es verschlungen. Das stimmt gar nicht. Natürlich stimmt das. Nein, aber wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht gegessen. Hier der lebende Beweis. Hier sieht es in echt sogar noch geiler aus. Muss ich sagen, oder? Der lebende Beweis, ich kann es noch. Der lebende Beweis, du kannst noch kochen auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr, sehr vorzüglich saftig aus. Ich darf es nicht essen. Stimmt, weil da Vollei drin ist. Genau, aber ich habe mir ein bisschen was beiseite genommen. So, Ladies and Gentlemen. Schmecke ich den Fisch, ja oder nein? Schmeckt? Ja, wow. Man schmeckt es nicht raus. Hand aus Herz, ich bin ehrlich zu euch. Es schmeckt bombastisch. Es schmeckt wirklich bombastisch. Ich finde, das ist tatsächlich einer der besten... Käse! Käse ist auch dumm. Das ist einer deiner besten Salate. Wow. Einfach wow. Schön. Das freut mich. Wer soll das essen? Ja, und vor allem, es gibt gleich auch noch Abendessen. Oh. Und weißt du was, Juna? Es gibt Nudeln. Nudeln! Essen, Abendessen ist fertig. Ich glaube, Juna hat gar keinen Hunger mehr, ne? Mich würde es wundern, wenn sie noch Hunger hätte. Bei dem ganzen Essen, die hat die ganze Zeit schon zwischendurch geschnackt. Zeig mal das Bild. Wie sieht das aus? Bild? Zitronentomatenpasta mit Burrata und Pinienkern. Ich will nur sagen, probiere das mal aus. Yes. So, erstmal ein bisschen den Burrata zerteilen. Das muss sein. Ja, geil. Wow, Pasta mit Burrata ist einfach auch... Liebe. Es ist einfach Liebe. Das muss einfach sein. So. Und auch ein bisschen Pinienkern vielleicht auch noch. Rein damit. Ist gut geworden? Willst du noch Nudeln essen, Spaghetti? Hast du Hunger? Nein? Nein. Du hast keinen Hunger mehr nach dem heutigen Tag. Denk auf jeden Fall dran... Dass mein Kochbuch ab heute erhältlich ist. Limitierte Auflage. Wenn es weg ist, ist es wirklich weg. Den Spundle wird es so nicht mehr geben. Wir haben tatsächlich nicht so viele Auflager. Deswegen müsst ihr flott sein. Handsigniert. Judy fährt sogar zu unserem Versanddienstleister. Wird alle handsignieren, das limitierte Bundle. Das wird krass. Also schlagt auf jeden Fall zu. Link unten in der Beschreibung. Und? Schmeckt das? Pasta ist richtig gut. Einige Pasta-Rezepte sind auf jeden Fall. Über 100 Rezepte, da wird jeder von euch was finden. Ein eigenes Kinderkapitel. Wir haben über 70 Rezepte, die vegan oder vegetarisch sind. Also auch... Für jeden was dabei. Selbst die Kinder... Also selbst die Kinderrezepte, die liebe ich sogar zum Essen. Also in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Johnny, Johnny und Juna. Macht's gut. Viel Spaß bei Shoppen. Lass es uns ritschmecken. Guten Appetit. Oh, ich sehe gerade die Linsen. Das ist richtig gerade so voll dreckig. Dick, rund und gesund und habe Appetit. Und das ist unser... La, 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 la.